Zuerst erzähle ich euch ganz kurz über dieses Projekt Yogawelle. Es hat im Januar 2015 gestartet vom Club Omru in die Welt gesetzt, sozusagen von André Werber und seinem Team. Das Ziel dieses Projektes ist es mehr Leute über die heutige Technologie, die es uns bietet zu erreichen, über das Internet das Yoga auch weiter zu verbreiten. Zum anderen hat es auch den Sinn, wenn ihr auch in einer kleinen Stadt lebt oder ihr den passenden Yogalehrer für euch nicht findet, könnt ihr doch hin und wieder mit den Yogalehrern, vielleicht sogar eurer Wahl, wenn ihr uns kennt, zusammen praktizieren, eure Erfahrungen sammeln, bestimmte Theorie auch über das Yoga erfahren, über die Philosophie des Yoga erfahren und könnt auch hier natürlich weiter wachsen in dem, was ihr für euch ausgesucht habt für euer Leben oder eine Seite eures Lebens, eben die Praxis des Yoga. Wenn man das heutige Yoga betrachtet und das mit dem Yoga vergleicht, wie es zur damaliger Zeit war, vielleicht vor 500 Jahren, war das Yoga, bin ich mir sicher, ganz ein anderes, wie es das heute gibt. Vor 2000 Jahren war das Yoga auch wieder ein ganz anderes als vor 500 Jahren und als das Yoga, was heute leider auch verkauft wird und als ein Produkt angeboten wird. Die Herangehensweise verschiedener Menschen und Kulturen ist entsprechend eine andere und was man in einem Land oder in einer Kultur vielleicht sogar als heilig betrachtet und mit Ehrfurcht behandelt, kann vielleicht in anderen Kulturen oder Ländern zu einem Produkt degradieren und als solches Produkt versucht man auch Geld daran zu verdienen. Damit ist aber nicht nur das Yoga gemeint, sondern vielleicht auch andere Philosophien, Weisheiten oder Glaubensrichtungen. Das heutige Yoga sieht so aus, wenn man dem Menschen sagt oder einem durchschnittlichen Menschen sagt, ich gehe heute Abend zum Yoga, stellt man sich ein Yogasaal vor, stellt man sich eine Yogamatte vor und bestimmte Übungen, die man auf der Yogamatte verrichtet, die Asana heißen. Leute, die etwas tiefer in der Materie sind, werden sich bestimmte Meditationsübungen oder Meditationspraxis vorstellen, Atemübungen und tiefer Meditation, tiefer Entspannung. Man nutzt das Yoga heute in der westlichen Welt vor allem eben als ein Aspekt, um sich zu entspannen, bestimmten Stress abzubauen. Zum anderen Aspekt wird es vielleicht jemand nutzen, um seine Körperstärke zu machen, um fit zu bleiben, also als eine Art Sport oder Gymnastik. Und so verliert das Yoga den eigentlichen Sinn des Selbst verliert, ihre Bedeutung und verliert die wirkliche Basis, ohne die man vielleicht im Yoga etwas erreichen könnte, aber nicht die Ziele, die die Yogis und Praktiker sich früher gesetzt haben, in den früheren Kulturen, in den früheren Zeiten. Früher war das Ziel des Yoga eben die Selbstvervollkommnung der Seele, das Antrainieren von bestimmten psychischen Techniken, die man halt Meditation auch bezeichnet, um seine eigene innere Welt besser zu erfahren, besser zu erkennen und um anderswelten zu erfahren und zu erkennen. Man muss hier als erstes verstehen, dass die Welt nicht drei- oder vierdimensional ist, wie wir sie als Menschen vorstellen. Die Welt ist mehrdimensional und wir leben gleichzeitig in mehreren Dimensionen. Um das zu verdeutlichen, müsste man natürlich jetzt Beispiele voranbringen. Wenn wir in einer vierdimensionalen Ebene oder Einheit leben würden, würden wir uns auf einer bestimmten Zeitspanne bewegen und diese Zeit würde uns so ziemlich eingrenzen. Also wir könnten nicht zurückblicken, wir könnten nicht nach vorne schauen, wir könnten eventuell auch keine Gefühle und Empfindungen wahrnehmen, die der Mensch so wahrnimmt und wir könnten auch keine Fantasien und Pläne an morgen machen. Wenn der Mensch schlafen geht, erlebt er auch in seinen Träumen, zum Teil seine Vergangenheit. Zum Teil kann er bestimmte Fantasiewelten durchleben oder durchschreiten in seinen Träumen. Zum anderen gibt es auch Träume, die einem Offenbarungen bieten. Also man träumt vielleicht dann etwas, was an diesem Tag passiert oder an einem anderen Tag passieren könnte. Also ist dieser feste Zeitvektor, den der Physik als eine Linie gezeichnet wird, ist nicht immer als eine gerade Linie zu betrachten. Es gibt hier auch Abweichungen. Es gibt Menschen, die bestimmte andere Welten auch sehen können, oder einblicken können, die parallel zu unserer Welt existieren. Es gibt bestimmte Energien, die uns umgeben, die der Mensch nicht immer wahrnehmen kann. Oft wird aber von diesen Energien geleitet, verführt oder geführt und diese Energien nehmen Einfluss auf den Menschen. Heute haben wir leider dieses Feindgefühl, dieses Verständnis über die feinstoffliche Welten verloren und unsere hellserischen Fähigkeiten eingebüßt. Aus dem Grund, weil alles heute technologisch ist, weil wir von einem Stromnetz umgeben sind in unserem Haus. Und dieses Strom bildet auch bestimmte Magnetfelder mit einer bestimmten Frequenz. Und diese Magnetfelder im Heimstromnetz oder im Haus Stromnetz wirken sehr stark dämpfend auf unsere biomagnetischen Felder und auf unsere Bioenergetik. Die wird so unterdrückt, grob gesagt, Handymasten, Handynetze und alle anderen technischen Signale, die in dem Raum existieren, wir die aber nicht wahrnehmen, schränken auch unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten ein als Mensch, unsere psychischen Fähigkeiten. Früher haben die Menschen in der Natur gelebt, mit der Natur gelebt und diese technogenen Krücken, die wir heute alle bekommen, haben damals gefehlt und der Mensch konnte seine tiefen Fähigkeiten, seine Möglichkeiten ausbauen, er konnte sie benutzen und sie für sich zum Gebrauch machen. Aber später im Verlauf der Lektion kommen wir auch noch einmal darauf zurück. Es gibt also Welten, in die der Mensch mit seinem normalen Auge nicht sehen kann, aber durch das Trainieren von seinen psychischen Fähigkeiten und Möglichkeiten kann er in andere Welten einblicken. Es geht dabei so weit, dass man in seine früheren Leben blicken kann. Leute, die noch mehr entwickelt sind oder erleuchtete Wesen, zum Beispiel solche Wesen wie der Buddha, die konnten auch in die Zukunft sehen, also da war dieser Zeitvektor unbegrenzt. Also sie konnten die ganze Vergangenheit und sie konnten die ganze Zukunft sehen, wie sie sich denn weiterentwickeln wird. Zum Wort Yoga selber müssten wir auch jetzt noch einiges für eure Erklärung und Verständnis erörtert. Das Wort selber wird aus zwei Silben zusammengesetzt. Das Jo und das Gar. Das Jo hat in den Indoeuropäischen Sprachen zum einen eine verbindende Wirkung, so wie im deutschen Wort Joch, sowie im englischen Wort Joint, was auch eine Verbindung bedeutet. Aus den Runen der anderen Kulturen ist die Silbe Jo als eine Erweiterung zu bezeichnen, als eine bestimmte Bewusstseinserweiterung auch, weil die Rune dann ungefähr so aufgemalt wird. Also zwei Pfeile, die auseinander gehen und ja ein Wachstum auch bedeuten. Die Silbe Gar bedeutet ein Weg oder eine Bewegung, also wie im deutschen haben wir gehen, im englischen haben wir geht, was Tor bedeutet. Im deutschen haben wir das Wort Gang, also schreibt man groß, also der Gang. Und wir haben auch im Russischen viele Wörter, die die Silbe Gar drin haben und die Etymologie dieser Wörter beinhaltet auch eine bestimmte Bewegung. Also haben wir jetzt hier zum Beispiel Verbindung und eine Bewegung irgendwo hin. Also Verbindung mit was? Verbindung unserer äußeren Welt, weil der Mensch als solches, was ich schon sagte, wir sind alle mehr dimensional aufgebaut. Im Menschen, wenn man das mit einem Kohl, Weißkohl zum Beispiel vergleitet, dann haben wir einen Strunk irgendwo in unserer inneren Welt und dann haben wir die Kohlblätter, die um diesen Strunk aufgebaut sind. Die Persönlichkeit des Menschen, also die Persönlichkeit jeden von euch, wie ihr euch betrachtet und wahrnimmt, das ist nur der äußere Kohlblatt, sagen wir mal so. Wie werden diese Blätter aufgebaut? Das ist eure Erziehung der Eltern, das ist eure Schulbildung, das ist bestimmte Mode, bestimmte Trends und Tendenzen, bestimmte gesellschaftliche Meinung, was in der Kultur, in der ihr geboren seid, vorherrscht. Und der Mensch denkt, der ist jetzt diese Hülle, also die Persönlichkeit. In Wirklichkeit sind wir aber vielschichtig. Wir haben viele Erfahrungen, die wir aus dem früheren Leben mitbringen, wozu ich auch später komme. Und diese Verbindung, dieses Yoga, hat auch einen der Sinne, dass man diese Schicht etwas aufbricht und dass man aus dem inneren Strunk, man kann das als Seele bezeichnen, aus seiner wirklichen Persönlichkeit, die versteckt hinter diesen vielen Schichten ist, etwas nach außen zieht. Also dass man die Verbindung von der Oberfläche zu seiner Mitte schafft. Also dieser Weg nach innen, was wir hier haben als Gar, von der Oberfläche bis zu sich selbst. Also der Weg der Selbsterkenntnis nach innen, der Weg der Selbstentfaltung, die wir hier in dieser Rune sehen, ist eins der Sinne. Und man kann natürlich auch durch bestimmte Yoga Praktiken viele Weisheiten, viele Eigenschaften von innen nach außen rausziehen. Also Eigenschaften und Weisheiten, die ihr während dieses Lebens und Ausbildung und Erziehung nicht wahrgenommen oder aufgenommen habt. Erfahrungen und Weisheiten, die ihr Leben für Leben vielleicht ansammelt, strukturiert und halt in Ordnung bringt und vervollkommnet. Diese Weisheiten könnte man nach außen, nach außen bringen und ziehen. Was man hier dabei noch ansprechen sollte, was ganz wichtig ist, ist natürlich die Erziehung. Wenn zu früheren Zeiten die Erziehung so verlaufen ist, dass man eben ein Kind genommen hat und hat geguckt, welches Potenzial das Kind hat. Welche Talente das Kind schon aus den anderen Leben mit sich bringt und man hat gerade diese Talente gefördert. Man hat das Kind entfaltet sozusagen. Man hat sein Inneres wachsen lassen, so wie bei einer Blume und jedes Kind ist so eine Persönlichkeit geworden. Es gibt heutzutage auch ähnliche, wie soll man sagen, Schulstrukturen oder Ausbildungsstrukturen, ähnliche Konzepte. Genau das Wort Konzepte ist mir nicht gleich eingefallen. Es gibt heute ähnliche Konzepte, die Kinder zu entwickeln, auszubilden. Hinter diesen Konzepten ist aber auch in letzter Zeit ziemlich viel Kritik, aber da will ich nicht näher darauf eingehen. Die heutige allgemeine Schulbildung ist so, dass sie das Kind mit Wissen, was das Kind vielleicht auch nicht braucht, mir und mir zu pflastert, aus den Kindern eine Durchschnittsbürgerschaft. Es ist jetzt auch kein Geheimnis daran, dass das Schulprogramm so aufgebaut ist, dass man aus den Kindern Verbraucher schafft. Also anstatt diese Blume aufgehen zu lassen, betoniert man sie zu und das Kind ist verängstlicht, dem Kind fehlt Selbstbewusstsein, Selbstentfaltung und das Kind kann ja gerade mal vielleicht seinen Lohn später ausrechnen und sich einfallen lassen, wo er den Lohn dann investiert, in welche Vergnügen oder andere materiellen Dinge. Also die Herangehensweise heutzutage ist eine ganz ganz andere. Die zweite Verbindung, was in dem Wort Yoga steckt, ist denn die Verbindung zum Schöpfer oder die Verbindung zum Allerhöchsten. Wir sind auf der Erde im Großen und Ganzen Vertreter des Schöpfers, in dem Sinn, wenn man sich jetzt einen Riesen-Ozean vorstellt und der Riesen-Ozean ist Gott, wenn man das jetzt gleichsetzt, ist jeder Mensch ein kleiner Tropfen in diesem Ozean. Und dieser kleine Tropfen sammelt seine eigene Erfahrung, also Gott kann nicht selber durch seine eigene Person oder Persönlichkeit, sagen wir mal so, Erfahrung sammeln. Wir als Vertreter sammeln diese Erfahrung als Seelen, also jede Seele ist ein kleines Teilchen von ihm und zum Schluss geben wir unsere individuelle Erfahrung in diesem großen Erfahrungsschatz oder in diesem großen Erfahrungsozean ab. Und so wird der Schöpfer selber durch uns immer mehr vollkommener. Also er nutzt unsere Erfahrungen auch für seine eigene Vollkommenheit, um seine eigene Schöpfung besser zu verstehen. Und der Sinn dabei ist, dass dieser einzelne Tropfen, wenn er sich vom Ozean löst, vergisst er über seine Verbindung mit dem Ozean und vergisst er eigentlich, dass er Wasser ist. Er nimmt sich als Tropfen wahr und abgetrennt von allen anderen Tropfen, also als ein Individuum. Der Weg dieses Tropfen sollte eigentlich folgender sein, dass der Tropfen sich erinnert, dass er auch Wasser ist, dass er von seiner Eigenschaft anderen Wassertropfen gleicht und dass er dem Ozean von seinen Eigenschaften auch gleicht. Also Ozean gleich Schöpfer zu setzen. Und dann beginnt er allmählich diesen Weg zurück. Er baut wieder diese Verbindung auf, also hier durch das Yoga und verbindet sich dann nach bestimmten Zeitabschnitten, indem er ein Tropfen gewesen ist, verbindet sie sich wieder mit dem Ozean. Dann ist er als Tropfen auch nicht mehr wahrzunehmen und er nimmt sich selber als Tropfen auch nicht mehr wahr. Er ist dann ein Stück vom Ozean und ist mit dem Ozean verschmolzen. Nicht nur auf physischer Ebene, wenn man das so betrachtet, sondern auch auf Informationsebene. Wenn der Tropfen vom Ozean gelöst ist, verfügt er nur über die Information seiner Eigenständigkeit oder Individualität. Wenn er mit dem Tropfen wieder vereint ist, verfügt er über die ganze Information und Wissen, über die das ganze Ozean verfügt. Also das ist auch wichtig zu erkennen und zu wissen. Und dadurch, dass wir diese Verbindung wieder aufbauen zum Ur-Ozean, also zum Schöpfer, bekommen wir von dort auch mehr und mehr Wissen, bekommen wir von dort auch eine bestimmte Leitung und Unterstützung. Was das mit dem eigentlichen Yoga auf der Matte zu tun hat, da müssen wir auch langsam eine Herangehensweise schaffen in dieser Lektion. Man muss verstehen, dass es vier Pfeiler des Yoga gibt oder die vier Pfeiler im Yoga gibt, ohne die, dass Yoga wenig Sinn oder gar keinen eigentlichen Sinn machen würde, wie ich das vorhin angesprochen habe, ohne diese vier Pfeiler würde das Yoga zu einer Sport- oder Gymnastik verfallen. Wie ich das am Anfang schon sagte, wenn man das mit dem Sinn nutzt, mit dem es geschaffen wurde, hat man viel mehr davon. Und das Yoga wird dann für einen Menschen um einiges interessanter, um einiges wirkungsvoller für sich selber und auch für seine Mitmenschen. Weil jeder dieser Tropfen, was ich auch bei einer anderen Lektion angesprochen habe, wenn er es schafft, sich zu entwickeln, zu strahlen, strahlt er seine Energie auf andere Tropfen ab. Und so ist die Praxis von jedem von euch, wenn ihr mit euren Energien arbeitet und sie aufbaut, wirkt unmittelbar auf die Menschen, die euch umgeben, die Menschen, mit denen ihr im Kontakt steht, in irgendeiner Art und Weise mit den Menschen, mit denen ihr kommuniziert. Um das zu verdeutlichen, erzähle ich euch auch ein Beispiel, das jeder von euch kennt. Angenommen, ihr habt eine gute Laune, ihr habt einen schönen Tag, ihr seid am Morgen aufgewacht, ausgeschlafen, die Sonne scheint. Und ihr denkt euch, ja, an diesem schönen Tag kann ich sehr viel anpacken und kann sehr viel schaffen. Auf einmal ruft euch eine Person an, die sehr, sehr schlechte Laune hat. Und fängt an, euch ihre Probleme zu erzielen, bei euch auszuweinen, vielleicht eine andere Person, die euch dann anfängt, auch irgendwie zu kritisieren und seine schlechte Laune auf euch überwirft. Und der Tag ist dann für euch gegessen, also in einem Anruf, vielleicht Viertelstunde, halbe Stunde, wenn ihr mit diesem Menschen gesprochen habt. Ihr habt mit dem Energien ausgetauscht, der Mensch hat auf unbewusster Ebene gespürt, dass ihr energiegeladen seid, dass ihr positive Energie habt. Und der Mensch hat vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst direkt eure Nummer gewählt, um sich direkt bei euch auszuheulen, weil ihr eben diese Energie hattet. Er hat von euch etwas Energie abgezapft oder abgenommen, hat etwas von seiner Energie an euch abgegeben. Ihr seid dann mit dieser, seiner Energie beschäftigt, könnt ihr die Wände hochgehen, habt schlechte und miese Laune oder Depressionen oder sonstiges und bereut dann, dass ihr überhaupt den Hörer abgenommen habt. Das ist jetzt so einmal ein ganz krasses Beispiel, um das zu verstehen, wie der Energieaustausch erfolgt. In Wirklichkeit tauschen wir stets immer mit jedem Menschen, mit dem wir kommunizieren, Energie aus. Aber wenn die Energie auf der gleichen Ebene ist mit den Mitmenschen, dann merken wir also diesen Energieabfall oder den Energieanstieg nicht. Manchmal gibt es Menschen, mit denen wir kommunizieren, die laden uns direkt mit ihrer Energie auf. Die geben uns gute Laune, die geben uns also guten Vorausblick und unterstützen uns mit ihrer Sprache, mit ihren Wörtern, mit ihrer Energie. Und wir können auch stark und gut nach vorne gehen durch Kontakt mit solchen Menschen. Das ist halt so das andere Gegenteil. Wenn ihr dann Yoga praktiziert, dann heißt es, ihr arbeitet an eurer Energie auch. Ihr macht sie reiner und konvertiert sie auf eine höhere Ebene. Und Menschen werden dann auch bestrebt sein, zu euch Kontakt aufzunehmen, mit euch zu sprechen. Oft sind es aber ganz einfache Lappalien, die wollen euch ihre Geschichten erzielen, was sie heute so tolles erlebt haben oder was sie gestern so tolles erlebt haben. Die suchen nur Kontakt mit euch. Also die wollen mit euch sprechen. Oft ohne ersichtliche für diese Leute Gründe. Wenn wir schon dabei sprechen, über Energie, Austausch und Energien, müssten wir den ersten Pfeiler aufschreiben. Dann machen wir das ganz groß. Der erste Pfeiler, das waren Yoga und das Yoga auf erwachsene Art und Weise, wie man es früher auch unterrichtet hat, ist das Karma und das Gesetz des Karma. Ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Wir bleiben jetzt bei diesem Thema einige Minuten lang und werden es erklären und erörtern. Es gibt in vielen Sprachen, in vielen Kulturen bestimmte Sprüche oder Redewendungen, die dieses Karma-Gesetz auf eine einfache oder vereinfachte Weise verdeutlichen und erklären. Zum Beispiel gibt es ein Spruch, wer anderen eine Grube griebt, fällt selbst hinein. Wie man in den Wald schreit, so halt es wieder zurück. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das waren mal deutsche Redewendungen. In Russisch gibt es ähnliche Redewendungen. Wie man bettet, so schläft man auch. Und wogegen man kämpft, auf, ja, das wird man auch selber stößen. Oder darunter wird man auch selber leiden. Wenn man zu einem Menschen sagt, es gibt das Karma-Gesetz, das Karma wirkt, dann ist es ein bisschen amorph. Dann kann der Mensch sich darunter nichts vorstellen. Durch solche Redewendungen wird es dem Menschen deutlicher, oder für den Menschen wird es deutlicher, wenn ich dem anderen Menschen Schaden oder Schmerzen zufüge, muss ich damit rechnen, dass dieser Schmerz, dass dieser Schaden früher oder später zu mir kommt. Auch wenn ich dem Menschen etwas Gutes zufüge, kommt das Gute auch zu mir. Also, das müsste man verstehen. Karma bedeutet auf Deutsch einfach Handlung. Oder Handeln. Also, ihr müsst verstehen, alles was ihr tut, schafft für euch positives oder negatives Karma, abhängig von den Taten entsprechend. Sogar in Physik gibt es das Energieerhaltungsgesetz. Also, es kann Energie nicht ins, nirgendwo verschwinden oder sich irgendwie auflösen. Wenn ihr eine bestimmte Tat ausübt gegenüber einem anderen Menschen, sagen wir mal so, ihr tut ihm etwas Schlechtes, diese Energie ist nicht verschwunden, sie bleibt in diesem Menschen. Bis der Mensch diese Energie vielleicht an jemand anderes weitergegeben hat, an jemand Schwächeren oder jemand Schwächeres dann auch beleidigt hat. Dieser Schwächere beleidigt dann wieder jemand oder er trägt diese Energie mit sich und ihm geht es nicht gut. Aber auf diesem Energiebündel, das ihr als erstes dem Menschen abgegeben habt, steht irgendwo auch eure Adresse. Und früher oder später kommt dieses Energiebündel als Brief, als eine Beleidigung, als ein Schlag oder etwas anderes negatives zu euch auf jeden Fall zurück. Also, das beschreibt sogar das Energieerhaltungsgesetz in der Physik, dass irgendwo alles wieder seine Rückkehr hat und irgendwo alles wieder zu seinem Anfang kommt. Menschen, die ein schlechtes Karma haben, würden natürlich das Karma-Gesetz abstreiten. Es wird ihnen auch nicht gefallen, sich das durch den Kopf gehen zu lassen, dass sie für ihre Schandtaten und für alles Übel, was sie anrichten, zur Rechenschaft gezogen werden. Aber die Rechenschaft ist nicht so, dass man dann irgendwo, wenn man Verbrechen begeht, in einem Gefängnis landet. Das ist noch ein bisschen zu milder. Wenn man schon jemanden ins Gesicht schlägt, müsste man selber erfahren, wie das ist, ins Gesicht geschlagen zu werden. Und das Universum ist so rechtschaffend aufgebaut mit dem Karma-Gesetz, dass jeder Schlag, den ihr anderen Menschen ins Gesicht verpasst habt, in eurem, diesem Leben oder im früheren Leben, schafft das Universum bestimmte Voraussetzungen für euch, ob ihr das wollt oder nicht, dass ihr alle Schläge, die ihr ausgeteilt habt, auch früher oder später zurückbekommt. Es ist jetzt vielleicht etwas krass, wenn man das weiter fortführt und sich so ausdrückt, aber Menschen, die gemobbt werden von vielen Leuten oder in einer Klassengemeinschaft, eine große Wahrscheinlichkeit liegt darin, weil sie das Karma eben haben, gemobbt zu werden. Es ist ihre Vergangenheit, weil sie früher auch so waren und andere gemobbt haben und in diesem Leben kriegen sie nur diese Rückantwort des Karma zurück. Das müsste man auf alle Fälle verstehen und verstehen, dass alles, was mit euch passiert in eurem Leben, das ist kein Schicksal oder kein Zufall, sondern das sind die Früchte eurer eigenen Taten. In der heutigen Welt wird das Karma-Gesetz leider oft abgestritten, vor allem von bestimmten Strukturen, die dann der Welt propagieren, wir leben nur einmal, nehmt alles vom Leben und wenn ihr irgendwas Schlechtes begangen habt oder gemacht habt, meiner und es wird halt jemand weinen dabei und es wird ihm schlecht gehen, aber ja, ihr wird weiter tun können, was sie eigentlich schon tut. Also es ist zu bestimmten Zwecken auch das Karma-Gesetz, dass es nicht für ernst genommen wird. In den Schriften heißt es, wer das Karma-Gesetz abstreitet oder verneint, es ist eine der größten oder die größte seelische oder psychische Krankheit, das nicht zu verstehen oder das nicht verstehen zu wollen. Und bestimmte göttliche Kräfte und bestimmte göttliche Instanzen sind immer am Schauen und immer am Kontrollieren, dass das Karma-Gesetz ideal ausgeführt wird. Dass jeder nicht mehr und nicht weniger von dem bekommt, was er für sich selber geschaffen hat. Warum ist das wichtig für das Yoga? Wenn wir denken, dass wir in einen Yoga-Raum kommen, den Teppich ausrollen und auf der Yoga-Matte schöne Übungen machen, nur weil wir Geld dafür bezahlt haben, dann kann ich euch sagen, dass es so nicht ist und nicht sein kann. Meine Erfahrung zeigt es, dass es nicht so einfach ist, in einen Yoga-Raum zu kommen, dass nicht jeder das Karma hat, in einen Yoga-Raum zu kommen und den Teppich auszurollen. Ihr kommt zu einem Yoga-Seminar, zu einer Yoga-Veranstaltung. Ihr könnt auch diese Veranstaltung heute, die Yoga-Welle, besuchen, nur weil ihr das Karma dafür habt. Weil ihr euch positives Karma in der Vergangenheit geschaffen habt, könnt ihr jetzt mit diesem Karma evolutionieren. und euch, Entschuldigung, und euch weiterbilden sozusagen. Nicht im Sinne von intellektueller Weiterbildung, sondern im Sinne von seelischer oder besser gesagt eure Juvatma kann dadurch evolutionieren, mehr geistige Erfahrung sammeln. Es kann natürlich dann auch so sein, dass der Mensch, dass Karma nur für einen bestimmten Zeitabschnitt hat, einen Yoga-Kurs, Unterricht zu besuchen. Und wenn er dieses Karma ja verarbeitet oder verwirkt hat, schließen sich für ihn die Möglichkeit, in einen Yoga-Saal zu gehen und Yoga zu praktizieren. Ist auch schon durch Erfahrungen, durch Statistiken, hunderte von Malen nachgewiesen, dass die meisten Menschen sich nur für eine bestimmte kurze Zeit im Yoga aufhalten. Am Anfang, wenn der Mensch mit dem Yoga konfrontiert wird in einem seiner Leben, dann nimmt er das gar nicht auf oder für ernst. Er schaut sich vielleicht eine Yoga-Stunde an und denkt und sagt, das ist nichts für mich, die sind alle irgendwie komisch und die reden über Sachen, die ich nicht verstehe. Mir ist mit meinen Freunden viel lieber, weil ich meine Freunde verstehe, weil wir auf einer Ebene sind. Im nächsten Leben wird er vielleicht schon eine Woche im Yoga bleiben oder einen Monat im Yoga bleiben. Und so wird er liebend für sich diese eigene Praxis kultivieren. Und nach und nach wird er auch sich mit den Leuten besser verstehen. Er wird verstehen, worum es im Yoga geht. Und wenn er dann in einem seiner Lieben nur das Wort Yoga hören wird, wird sich bei ihm schon auf seelischer Ebene, nicht auf der materiellen Ebene, auf diesem Kohlkopf, auf dem Außenblatt, sondern tief in seiner Seele, tief in seinem Inneren, weil er liebend für liebend diese Erfahrungen dort aufgesammelt hat, werden sich bei ihm bestimmte Glocken klingen, wird bestimmte Motivationen dann geschaffen oder halt hervorkommen, die ihn ins Yoga bringen werden. Er wird bestimmt vielleicht auch einige Zeit fanatisch herangehen und jeden Tag praktizieren. Er wird sich wohlfühlen. Es wird für ihn etwas sein, als ob er das schon kennt. Bestimmt habt ihr auch in eurem Leben Sachen erfahren und habt euch gedacht, vielleicht habt ihr irgendetwas gelernt, das kann Beruf sein, das kann Schule sein, es kann vielleicht ein Kampfkunststil sein oder das kann auch die Yoga Praxis sein. Ihr übt es, praktiziert es und ihr fühlt euch, als ob aus eurem Inneren dieser Fluss von Energie, dieser Fluss von dem kommt, dass ihr meint, ihr kennt es schon, es läuft alles wie automatisch, als ob ihr das schon viele, viele Male gemacht habt. Das kommt eben von dem Verständnis, dass die Seele reinkarniert. Also da, es ist unser zweiter Pfeiler, Reinkarnation. Zu Wort Reinkarnation, zu dem Begriff selber, möchte ich euch erstmal eine Geschichte aus der christlichen Welt, aus der christlichen Kultur erzählen. Da wir alle in Europa leben, haben wir auch bestimmte Berührungspunkte mit dieser christlichen Kultur, mit der katholischen oder evangelischen Konfession und es gibt auch bestimmte interessante Tatsachen aus der christlichen Vergangenheit, über die nicht alle Leute Bescheid wissen. Das Byzantinische Reich, was sehr stark christlich geprägt war, existierte – ich gebe mal so einen groben Anhaltspunkt nach der allgemein bekannten Geschichts- und Wissenschafts-, also Auslegungen – zweites, drittes bis circa sechstes, achtes Jahrhundert nach unserer Zeit. In Konstantinopel war die Hauptstadt oder die Zentrale vieler christlicher Kirchen oder die Zentrale der byzantinischen Auslegung oder der orthodoxen Kirche, in Rom war ein zweites Zentrum der katholischen Kirche. Es ist ja so gewesen, dass ein bestimmter Mensch oder Prophet auf der Erde gelebt hat, den wir als Jesus nennen oder als Jesus kennen und er hat bestimmte Lehren und Weisheiten der Menschheit offenbart. Die Weisheiten und Lehren, die Christus offenbart hat, sind sehr ähnlich den Weisheiten und Lehren, die wir auch in der vedischen Kultur finden, die wir auch in den ursprünglichen Yoga-Schriften finden und betrachten, also da sind sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, sehr, sehr viele Berührungspunkte. Man hat natürlich diese Lehre aufgenommen und als Jesus nicht mehr da war, hat man an dieser Lehre weiter gearbeitet, hat sie modifiziert, verändert, vieles dazu geschrieben, vieles weggestrichen. Bei dem Konzil 451 nach Christus, hat man, also Konzil, das war die Versammlung von den Bischöfen, von Kirchenoberhäuptern der byzentinischen Kirchengemeinschaft, hat man beschlossen oder manifestiert, dass die Reinkarnation existiert. Also die ganze Kirche, das war, da gibt es auch einen bestimmten Begriff dafür, was in der Kirche als Tatsache gilt oder von der Kirche als Tatsache beschlossen wird, kanonisiert vielleicht ist das der richtige Begriff, die Reinkarnation war also kanonisiert und man hat danach seine ganzen Glauben und seine ganzen Evangelien und alles danach ausgelegt. Dann gab es in Konstantinopel eine Frau, die heißt Theodora, das war eine Tochter von einem Bärenfänger oder Bärenbändiger und hat schon als junge Frau als Prostituierte ihr Geld verdient. Hat auch mit bestimmten reichen Häusern mit dem Adel verkehrt als Konkubine und einer der Adeligen aus Nordafrika, aus Alexandria womöglich, Alexandria ist eine Stadt im heutigen Ägypten und dieser Stadtoberhaupt aus Nordafrika, was auch christlich gelebt hat zu der damaligen Zeit, hat sie mitgenommen. Diese Frau, dass sie ja aber ein unkeusches Leben geführt hat und vielleicht mit bestimmten dunklen Kräften auch kontaktiert hat, hat angefangen die Politik dieses Stadthalters zu untergraben, hat angefangen ihre eigenen, wie soll ich sagen, Vernetzungen auszubauen dort mit der einheimischen Leute und hat ja in der heutigen Sprache, wie das heißt, hat eine Mafia-Struktur aufgebaut. Dieser Stadthalter, als er hinter ihren Taten gekommen ist, als er erfahren hat, was das für eine falsche Schlange ist, hat sie natürlich verbannt, rausgeschmissen und so ist sie nur mit ihren Gewändern, sie musste ihr Hab und Gut, was sie dort angesammelt hat, zurücklassen in Nordafrika, musste sie nach Konstantinopel, also nach Hause zurückkehren. Vor den Stadtmauern von Konstantinopel traf sie dann auf einen Mönch, es war ein Asket, was zu früherer Zeit auch sehr weit verbreitet war. Dieser Asket hat eine Lehre praktiziert, die Monophysitismus heißt, also die Lehre vom einen Leben, man lebt nur einmal und danach kommt man ins Nichts, also danach existiert nichts mehr. Dieser Mönch hat sie in ihrer Höhle aufgenommen für eine Zeit lang und hat ihr wahrscheinlich von seiner Glaubensrichtung oder von seiner Überzeugung von dem einen Leben berichtet und sie hat natürlich das für sich aufgefangen. Natürlich, weil sie ja schon mit dem Adel verkehrt hat, musste sie oder hat sie in Konstantinopel auch angefangen sich in diesen Kreisen, sozusagen mit diesen Kreisen zu kommunizieren, in diese Kreise ist sie eingetreten, bis sie zu einem bestimmten Kirchenoberhaupt oder sogar Kaiser der Justinian hieß, war sie zuerst als seine Konkubine tätig, danach wählte er sie als seine erste Frau. Natürlich, als die Frau eines Herrschers hatte diese Theodora auch sehr viel Macht, sehr viel Einfluss, hat natürlich auch die katholische Kirche etwas untergraben, dass sie auch nach Rom ihre Spitzel und ihre Leute geschickt hat und die in Rom auch dann die Oberhäupte ausgewechselt haben und ihre Politik durchgeführt haben von der Theodora, ist sie dann in ihrem Wahn so weit gegangen, dass sie sich selber angefangen hat zu vergöttern. Und natürlich durch ihre eigene Missetaten und durch ihr eigenes Fehlverhalten würde so ein Mensch wie sie niemals es wahrhaben wollen, mal als eine Bettlerin oder mal als jemand armes zu reinkarnieren und dann hat sie eben diese Lehre vom Monophysitismus ausgebaut, ausgeweitet und wollte sie auf die ganze Gesellschaft, in der sie lebt, ausbreiten, hat natürlich dann in Konstantinopel mit dem Justinian Absprachen getroffen, dass sie die Reinkarnation jetzt öffentlich aus der Bibel streichen und die Lehre vom Einleben einführen für alle Menschen, weil die Menschen dann leicht zu kontrollieren sind, andererseits ist es für bestimmte Strukturen dann eine Rechtfertigung für ihr Verhalten. Sie konnten dadurch oder die Kirche konnte dadurch noch mehr an Weltmacht gewinnen und dann Einfluss gewinnen und haben dann öffentlich bei einem anderen Konzil, 547 circa war es nach Christus die Reinkarnation aus der Bibel heraus redaktiert, aus ihrem Weltverständnis heraus redaktiert und haben diese Lehre vom einen Leben eingeführt. Die Theodora starb dann auf eine bestimmte traurige Weise, man nimmt dann, dass sie an Krebs mit 39 Jahren starb, das ist ein sehr früher Tod, aber wenn man ein so schlechtes Leben führt, voller Intrigen und allem anderen negativ, dann denke ich mal, ist auch die Gesundheit, die darunter sehr stark leidet. Die physische und natürlich auch die psychische Gesundheit. Ein anderer interessanter Bericht aus dieser Zeit als ein anderer Mönch, also man muss die Gesellschaft vielleicht unterteilen, es gab wirklich Menschen, Mönche, Glaubensorden die nach der Lehre Jesu geliebt haben und eine saubere Lehre praktiziert haben. Manche sind aber angefangen etwas in eine andere Richtung zu schauen und ja, zu verkommen, grob gesagt. Und ein Mönch mit guten hellsirischen Fähigkeiten musste dann beim Justinius vorsprechen. Er kam aus seiner Provinz und hat über ein Verbrechen, wollte dem König berichten. Und als dieser Mönch, der die hellsirischen Kräfte hat, vor diesem Kaiser trat, um ihm zu berichten, ist er erschrocken, ist er rausgegangen aus dem Palast und ist in die Wohnung gegangen, wo er gewohnt hat und hat zu dem Kammermeister, der ihm diese Wohnung für die Zeit vermietet hat, wo er in Konstantinopel gewohnt hat, hat erzählt, dass er das tatsächlich gesehen hat, durch seine besonderen Kräfte, dass der König von Dämonen befallen ist. Also er hat wirklich die astrale Struktur oder in die astrale Welt gesehen, in der sehr viel passiert, was wir nicht sehen und hat tatsächlich diesem König Besessenheit zugesprochen. Was ich am Anfang angesprochen habe, hellsirische Fähigkeiten waren früher weiter verbreitet als heute. Es würden heute auch viel mehr Menschen über diese Fähigkeiten verfügen, wenn sie nicht von der Technik und von den technischen Krücken so umgeben und umschlossen waren. Und von dem größten Übel, was diese Fähigkeiten einschränkt, ist halt dieser elektrische Strom mit den 50 Hertz, ist auch alles speziell gewählt worden und überall aufgebaut wird. Also hat man Reinkarnation in der Bibel früher auch gehabt und danach geliebt in der christlichen Kultur. Es gab in Alexandria, wovon ich sprach, einen Weisen oder Gelehrten, der heißt, auf Russisch nennt man den Origen oder Origenes auf Deutsch. Er war der Bibliothekhalter von der großen Bibliothek von Alexandria. Er hat auch eben die Welt so offen gelegt und die Welt anschauen, dass es auch eben diesen Ozean gibt. Also das vom Tropfen und Ozean habe ich übrigens aus Yoga Vasishtra, einer sehr bekannten und verbreiteten Schrift in Yoga. Dort wird es ähnlich erzählt und beschrieben, wie halt dieser Origenes es auch den Leuten gepredigt hat und ausgelegt hat. Es gibt einen Ur-Ozean aus Seelen, also die Seele existiert schon vor ihrer Geburt und durch die ständigen Wiedergeburten und Reinkarnationen bekommt die Seele immer mehr und mehr Vervollkommnung. Also Vervollkommnung ist ein Begriff mehr aus der Yogasprache. In der christlichen oder europäischen Tradition würde man es Veredelung sagen. Wenn man das betrachtet und die Gesellschaft anguckt, dann sieht man, der eine Mensch wird mit einem leeren Geldbeutel geboren und der andere Mensch wird im Luxus geboren und hat alles, was er sich für sein Leben wünscht. Wenn man jetzt dieses monophysische Weltbild oder das Weltbild von einem Leben betrachtet, würde man doch sagen, also der Schöpfer ist unfair, wenn man jetzt nur ein Leben hat. Der eine Mensch kommt mit gar nichts auf die Welt mit und ist halt obdachlos vielleicht. Und der andere Mensch bekommt vom Gott für dieses eine Leben alles, was er sich nur wünscht. Paläste, Königreiche, Frauen, Autos und Jachten. Also ist ja eine Unfaire in dem Sinn, könnte man dem Schöpfer halt ankreiden. Es ist aber keine Unfairness oder es wird keiner benachteiligt vom Schöpfer. Jeder bekommt das, was er sich in seinem früheren Leben verdient hat. Also alles, was man nach seinem Karma sich selber geschaffen hat. Und ein Mensch, der als Obdachloser schon geboren wird oder in sehr ehemlichen Verhältnissen geboren wird, heißt er hat in früheren Leben all sein Potenzial ausgeschöpft zum Unnutz oder zum Schaden von sich selber und zum Schaden von anderen Menschen. Und so muss er wieder von vorne anfangen und sich sein Potenzial erst aufbauen. Ein Mensch, der sehr viel Potenzial aus dem früheren Leben mitbringt, hat nun mal viele Sachen, viele Möglichkeiten im Leben. Er lebt ja in einem bestimmten Wohlstand auch, den die Gesellschaft ihm bieten kann. So auch nach der Philosophie von Origines musste die Seele sich nach und nach veredeln. Durch viele, viele Geburten streift die Seele ihren alten Körper ab wie ein Anzug und zieht sich einen neuen Anzug an, beginnt wieder neue Eigenschaften für sich zu sammeln in einem neuen Leben als eine neue Persönlichkeit. So ähnlich wie in einem Theater ein Schauspieler, der einen bestimmten Namen trägt, kann der Schauspieler jeden Tag eine neue Rolle spielen und ein anderes Kostüm schlüpfen. Und wenn der Schauspieler in dieser Rolle ist, fühlt er sich wie diese Hauptperson. Er erleidet vielleicht Schmerz und Freude, was die Hauptperson erleidet und er fühlt es alles aus als Schauspieler. Aber nicht als die Person, die er nach Hause kommt, zu seinen Kindern, zu seiner Familie, da ist er eine ganz andere Person. Und am nächsten Tag einen anderen Anzug angezogen, muss der Mensch vielleicht einen Bösewicht spielen und Übel und Schrecken anderen Leuten hinzufügen. Er ist es aber nicht selbst. In Wirklichkeit ist er dieser Familienvater, der am Arbeit wieder zu seiner Familie und zu seinen Kindern nach Hause kommt. So ist eben unsere Seele dies von ihren Eigenschaften ganz rein, ganz sauber und hat eine göttliche Natur. Nur durch das Anziehen dieser verschiedenen Anzüge, wie ich schon sagte, wie dieser Kohl, von diesen Kohlblättern umzogen ist, umhüllt ist, ist der eine Mensch von uns böse, der eine ist schlecht, der andere ist gut, der eine ist arm, der andere ist reich und wir beurteilen nur die Kostüme oder nur den Anzug der Menschen. In Wirklichkeit sollten wir aber in jedem Menschen diesen göttlichen Funken, diesen göttlichen Tropfen sehen und den Menschen auch so betrachten, den Menschen auch so behandeln, weil egal ob der Mensch gut oder schlecht ist, arm oder reich ist, diese göttliche Tropfen und diese göttliche Funke in dem Menschen ist mit der Eigenschaft, mit unserem Funken, den wir tragen sowieso gleich, und im Grunde genommen ist das eine und dasselbe. Und wenn wir auf jemand anderes mit dem Finger zeigen, ihn auslachen oder in beschimpfen, ihn kritisieren, dann kritisieren wir im Grunde genommen uns selber, weil wir auf den göttlichen Funken und Tropfen zeigen, der in uns selber drinsteckt. Das ist bitte wirklich für euch zu verstehen und auch in die Tat umzusetzen. Zum Begriff Reinkarnation selber. Das bedeutet einfach, wenn man die Etymologie wieder auseinandersetzt, re ist Wiederholung, oder etwas passiert wie Revolver, da wird etwas gedreht. Revolution bestimmt auch, dass etwas bewegt wird, aber es bleibt alles so wie es vorher war. Also das bedeutet das Wort Revolution. In. Jeder der Deutschland versteht die Silbe in. Karna. Bedeutet Fleisch im Latein. Also Karnaval. Man verabschiedet sich vom Fleisch. Also das ist der Eingang in die Fastenzeit. Also bedeutet das Wort Reinkarnation, was es im Latein schon sehr sehr lange gibt und existiert. Und wenn es das Wort existiert, wird auch dieser Prozess existieren. Bedeutet das Wieder in Fleischwerdung. Also das Wort Inkarnation. Also die Seele ummantelt sich wieder mit Fleisch. Weil dieser Ummantelungsprozess aber sehr schmerzhaft ist, heißt es, schreien die Babys die ersten Jahre, nicht die ersten, die ersten Monate zumindest, die ersten Wochen auch sehr, die Seele erleidet Schmerz durch diese in Fleischwerdung. Zum anderen, weil dieser Prozess sehr schmerzhaft ist. Ich mal das trotzdem hier mal auf, weil da kehren wir immer wieder zurück zu diesem Sinnbild. Weil dieses Umwachsen mit Fleisch vergisst die Seele, wer sie eigentlich ist. Die Seele vergisst nach und nach alle ihre früheren Inkarnationen. Vergisst nach und nach alle ihre früheren Lieben. Und denkt dann, sie ist meinetwegen der Johannes oder ist der Franz oder ist sonst jemand. Aber in Wirklichkeit ist die Individualität eine sehr sehr andere. Übrigens im Griechischen gibt es auch das Wort für Reinkarnation. Das heißt dort Palingenese. Also vom Wort Genesis, also Geburt oder Leben. Und Pali oder Poly, wie im Wort Polymer, bedeutet einfach viel. Also die Viellebigkeit oder die vielen Lieben. Also ist es in der griechischen oder in der altgriechischen Kultur, in der antiken Kultur, haben die Leute das verstanden, haben damit auch geliebt mit dem Verständnis Wiedergeburt. Wenn man die buddhistische Tradition betrachtet und die hinduistische Tradition betrachtet, ist es in heutiger Zeit immer noch so, dass die Menschen mit diesem Verständnisfall zur Welt kommen. Sie werden damit erzogen, sie wachsen damit auf. Sie wissen, dass wenn sie einen Toten verabschieden, dass er jetzt nicht von ihnen gegangen ist, sondern nur lediglich dieser Körper wieder zur Erde und zur Asche zerfällt. Aber die Seele geht ihren Weg weiter. Und in der buddhistischen Kultur gibt es bestimmte Bücher sogar oder bestimmte Praktiken. Wenn ein Mensch stirbt, dass Mönche sich hinsetzen und die Seele im Jenseits begleiten. Also sie erzählen durch bestimmte Mantren und Gesänge, was die Seele im Jenseits falsch machen kann und was die Seele im Jenseits richtig machen muss, um wieder richtig zu reinkarnieren. Weil im Jenseits gibt es auch bestimmte Fallen, bestimmte Netzstrukturen, wie man sie so sagt, bestimmte Wesen, die die Seele vom richtigen Weg ableiten könnten. Und der Sinn dabei ist, diesen Fluss, der in der griechischen Mythologie der Fluss Styx heißt, in der buddhistischen und vedischen Literatur heißt es der Fluss Vaitarani, also den die Seele überqueren muss. Und in diesem Fluss sind andere Seelen und bestimmte Netze und Fänger, die die Seele für ihre eigenen Nutzen und Zwecke herausziehen wollen. Und der Sinn dabei ist, nicht unterzugehen in dem Fluss, sondern das andere Ufer zu erreichen. Man hat sich früher durch Meditationen während des Lebens schon vorbereitet, dass man keine Fehler im Jenseits begeht. Und wie gesagt, ich habe sogar gehört, in der altrussischen Tradition gab es auch früher noch solche Bücher und Schriften, wie man die Seele im Jenseits begleitet hat. Also das war ganz ungebe und keiner hat das abgestritten oder irgendwie auch nur daran gezweifelt, dass die Seele nach dem Tod des Körpers weiterlebt. Viele erkennen dann sogar in ihren Nachkommen, zum Beispiel in Enkeln oder Urenkeln, ihre Vorfahren. Also soweit geht es auch, dass die Seele in die eigene Familie reinkarniert, um eben bei ihren Liebsten und Bekannten dabei zu sein. Weil jeder von uns hat karmische Verbindungen zu bestimmten Menschen, das ist zum einen unsere Familie, zum anderen sind es unsere Freunde, mit denen wir Leben für Leben zusammen, ja bestimmte Guten, bestimmte schlechte Sachen, Handlungen, Situationen erleben und bestimmte Erfahrungen zusammen. Und so bindet sich die Seele an eine bestimmte Gruppe von anderen Seelen. Man kann es Familie oder Freundschaftskreis bezeichnen und sie inkarnieren immer zusammen. Das heißt dann bei Freunden nicht, dass sie sich gleich von Geburt an treffen. Sie treffen sich zu dem Zeitpunkt, wo beide Seelen reib dafür sind und sie trennen sich wieder zu dem Zeitpunkt, wo sie sich trennen müssen, um verschiedene Wege zu gehen. Weil das muss natürlich auch sein. Man kann nicht immer mit gleichen Menschen oder Seelen sein. Man muss auch andere Erfahrungen sammeln und individuelle Erfahrungen auch sammeln. Zum Wort Reinkarnation genau. Man kann sogar das in dem beweisen, in dem man durch bestimmte Praktiken in seine eigenen früheren Leben blickt. Es gibt von allgemeinen Forschungen und Akademikern, die dieses Phänomen Reinkarnation untersuchen. Es gibt viele, es gibt nicht nur Berichte, es gibt fast sogar Bücher über Reinkarnation, wo Forscher oder Leute, die diesen Sachen nachgehen, Kinder finden, die noch diesen Bezug zum früheren Leben nicht verloren haben. Also es heißt, dass in den ersten Lebensmonaten das Kind über alle ihre, oder das Baby über all ihre vorigen Lieben noch Bescheid weiß. Und nach und nach verliert das Kind diese Eigenschaften. Manche Kinder können sich noch daran erinnern und erzählen dann, zum Beispiel ich war so und so ein Mann, ich hatte den Beruf ausgeübt, ich habe in so einem Haus gewohnt, in so einem Land, ich habe so eine Sprache gesprochen. Dann fahren natürlich diese Forscher in dieses Land, suchen dieses Haus, diese Straße, suchen diese Familie und tatsächlich erzählen die verbliebenen Freunde und Verwandten, dass so ein Mensch existiert und geliebt hat und dass so ein Mensch in diesem Jahr gestorben ist. Und im Buddhismus geht man so weit, dass man in bestimmten Lamas, also Lama ist ein Oberhaupt in der buddhistischen Tradition, dass man jedes Kind, was geboren wird, durch bestimmte Rituale und bestimmte Prozesse, guckt, ob dieses Kind nicht ein Lama oder ein erleuchtetes Wesen ist, das reinkarniert ist. Wenn Lamas versterben dann, dann gibt es bestimmte Leute, die das anhand von Sternen, Astrologie ausrechnen, bestimmte andere Berechnungen durchführen, wo diese Lama als Kind reinkarnieren wird. Dann nehmen sie dieses Kind in ein Kloster auf, zu sich, das Kind bekommt einen bestimmten Umgang, das Kind bekommt bestimmte Versorgung und Verpflegung. Große Lamas oder große Erleuchtete der Vorzeit, Nachfolger des Buddha, also die ersten fünf Jahrhunderte, wo dieses Lamatum und wo der Buddhismus als Religion noch nicht so ausgeprägt war, sondern näher an den Lehren des Buddha selber gehalten hat. Diese Lamas haben gesagt, wenn wir reinkarnieren, lasst uns bitte in Ruhe, holt uns nicht als Kinder ab, holt uns nicht in das Kloster, weil dieses gleiche Prinzip oder Schicksal hat auch die indische Kastenstruktur erlitten. Es gibt zwei Wege, eine bestimmte Position zu erreichen. Entweder man wird als normaler Mensch geboren und man kämpft jahrelang für diese Position. Es kostet einem Tränen, Mühen, schlaflose Nächte und sehr, sehr viel Lebenskraft, um diese Position zu erreichen. Dann hat der Mensch durch eigenes Bemühen diese Position erreicht. Ein anderer Weg ist es, dass man jemanden nimmt und sagt, du bist jetzt als Patriarch wiedergeboren und wir setzen dich als dreijähriges Kind schon auf den Thron, du bist jetzt Patriarch, bitte führe uns. Dieser Mensch, sei es ein geistlicher oder weltlicher Führer, wird niemals diese Eigenschaften besitzen, wie der andere Mensch, der durch seine Mühen, Blut und Schweiß sich diese Position erkämpft hat. Er kann diese Position dann halten, weil hohe Positionen brauchen viel Energie, eine stabile Kraft und dieses große Energiepotenzial wird eben nur durch eigene Mühen in diesem Leben erreicht. Es macht wenig Sinn, bestimmte Kinder als Lamas zu bezeichnen und sie dann auf irgendeinen Thron zu setzen oder im Kastensystem zu sagen, wenn du in einer Brahmanenfamilie geboren bist, jetzt bist du ein Brahmane, wir ziehen dir gelbe Kleider an und deinen Gürtel, jetzt geh raus und singe Wieden oder lehre die Wieden. Der Mensch müsste sich selber alles erkämpfen, selber an sich arbeiten, um einen bestimmten Status zu erreichen. So war es früher nämlich auch, dass nicht die Geburt, sondern die Taten des Menschen bestimmt haben, was er ist und wer er ist. Danach degradierte die Gesellschaft leider in vielen Regionen der Welt und man hat durch die Geburt den Status des Menschen bestimmt. Buddha sogar während seiner Lebenszeit hat gegen dieses strenge Kastensystem gekämpft. Er hat gesagt, unabhängig in welcher Kaste der Mensch geboren ist, kann er Vollkommenheit erreichen, kann er evolutionieren und kann sich weiterentwickeln, weil das strenge Kastensystem in Indien sagt, es gibt Schudras oder die Unberührbaren, die dürfen kein Wissen erhalten, die sind schlecht und irgendwie unnützig und man dreht sich von denen weg, bloß nichts mit denen zu tun haben. Aber es gibt erleuchtete Wesen, die sich auch mit solchen Menschen beschäftigen und ihnen helfen sich zu entwickeln. Das ist eben das Schlüsselwort, die Entwicklung. Man kann natürlich Menschen, die nichts haben oder obdachlos sind, unberührbare sind, ständig ein Essen vorbereiten und sie ständig füttern. Aber solange man in ihrem Bewusstsein nichts verändert, ist diese ganze Hilfe sinnlos und man fügt sich selber nur Schaden zu dadurch. Wenn man jemandem helfen möchte, dann helft man dem, indem man sein Bewusstsein erweitert, indem man ihn ausbildet und unterrichtet, indem man ihn lehrt, ein Mensch zu sein und nicht ein Verbraucher zu bleiben und nicht von jemandem abhängig zu sein. Wenn man jetzt einen Schudra jeden Tag zu essen gibt, das wollte ich damit unter anderem auch sagen, ist er von euch abhängig. Er lehrt niemals für sich selber das Essen meinetwegen anzubauen, für sich einen Garten anzulegen und für sein Essen zu arbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man dem Mensch die Voraussetzungen schafft, sich selber zu helfen. Aber nicht ständig, wenn ein kleines Kind rumführt, so wird das Kind auch nie wachsen. Also ob es ein Kind ist oder jemand anders, es müsste selber die eigenen Erfahrungen sammeln. Und nur durch eigene selbstständige Erfahrungen kann der Mensch und kann die Seele wachsen. Okay, wir kehren zurück. Reinkarnation war unser zweiter Pfeiler im Yoga. Und wenn ihr Yoga praktiziert, müsst ihr Folgendes auch verstehen, was ich am Anfang schon angesprochen habe mit dem Karma. In unserer heutigen Zeit, die man als Kali-Yuga bezeichnet, ihr müsst nur aus dem Fenster raus gucken, um zu sehen, was um euch herum passiert, ist diese Zeit sehr, sehr niederträchtig, könnte man fast sagen. Es ist falsch. Und alle menschlichen Prinzipien, alle ethischen und siedlichen Grundzüge werden untergraben und im Großen und Ganzen zerstört. Und die Entwicklung des Menschen läuft in unserer heutigen Zeit etwas anders ab, als zu den früheren Zeiten. Heute hat man alle möglichen Begierden um sich herum, Ablenkungen um sich herum. Das Wirtschafts- und Konsumsystem bietet einem Menschen sehr, sehr viele Möglichkeiten, seine Lebensenergie zu verlieren und sein Leben für umsonst zu vergeuden. Und viele Menschen lassen sich auch auf diesen Haken setzen, sind wie so beim Fischfangen, diese blinkenden Sachen, die wir uns umgeben, die sind oft nur fallen. Und wenn man dann am Haken sitzt, kommt man nicht so leicht wieder von diesem Haken runter. Ein Mensch, der während dieser dunklen Zeit, während der Kali-Yoga es schafft, Yoga zu praktizieren und zu evolutionieren, bedeutet nur das, dass dieser Mensch dieses Potential schon aus dem früheren Leben bringt und in den früheren Leben, als die Zeiten besser waren, als man zur Praxis und zur Yoga noch einen ganz anderen Bezug hatte. Dieser Mensch hat in diesen Zeiten auch schon sehr ernst und sehr viel praktiziert und viele, viele Leben praktiziert. Nur jetzt hat er seine Eigenschaften und hat alle seine Fähigkeiten vergessen. Leider durch diese Prinzipien und Vorgehen, was ich hier oben auch erzählt habe. Also, dass ihr im Yoga seid und bleibt, heißt es, ihr habt es schon früher praktiziert, im früheren Leben. Deshalb zieht es euch jetzt auch in diesem Leben an. Von den Methoden, wie man in die früheren Leben blicken kann, müsste ich noch Folgendes erzählen. Zum einen kommt es spontan, wie bei solchen Kindern, wo man Nachforschungen aufstellt. Durch bestimmte Traumen, die der Mensch erlebt, das können psychische Traumen sein oder das können physische Traumen sein. Vielleicht verletzt sich der Mensch ganz stark auf dem Kopf oder kommt in einen Unfall. Und dann hat er so kurze, plötzliche Einblicke in sein Leben und sieht bestimmte Fragmente aus dem früheren Leben. Andere Beispiele oder Methoden ist die Rückführung oder eine bestimmte Hypnose, die von einem Hypnotiseur angeleitet wird. Heißt regressive Hypnose, der Mensch bereitet euch vor, leitet euch hinein und kann euch so in eurem früheren Leben weisen oder zeigen. Ihr seht dann auch bestimmte Fragmente aus eurem früheren Leben. Der Nachteil dieser Methode ist der, dass das natürlich vom Hypnotiseur abhängt, was ihr seht. Wenn der Hypnotiseur sehen möchte, dass ihr, also wenn wir hier diese Lebenslinie betrachten, diese Lebenslinie sind sehr, sehr viele, also das ist die Seele und die Abschnitte sind die verschiedenen Leben. Und die Seele geht von einem Leben zum anderen. In diesem Leben habt ihr vielleicht im Frieden gelebt und die Welt und die Gesellschaft für euch war eine sehr, sehr gute. Ihr habt nur Positives erfahren. In diesem Leben habt ihr in Kriegszuständen gelebt. Ihr musstet selber in den Krieg ziehen, mit Leuten kämpfen, wurdet vielleicht umgebracht, musstet vielleicht andere umbringen. Dann war es vielleicht eine Zeit, wo alles nur still war. Dann war es wieder eine schlechte Zeit, eine gute und eine schlechte. Und so reinkarniert die Seele wieder und wieder durch verschiedene Welten, durch verschiedene Leben, um Erfahrungen zu sammeln. Der Hypnotiseur in der regressiven Hypnose, wenn er dann meint, ihr soll euch einen Abschnitt eines negatives Lebens zeigen, wird er euch unbewusst auch in dieses Leben führen und ihr seht etwas negatives. Aber nicht das, was ihr sehen müsst, um nach vorne zu wachsen. Nicht das, was für euch jetzt aktuell ist. Vielleicht. Vielleicht schon. Oder wenn der Hypnotiseur gutgesinnt ist und möchte, dass ihr etwas positives seht, wird ihr nur ein Fragment aus eurem positiven Leben sehen. Aber das ist bei weitem nun noch nicht die ganze Zeit Spanne. Ihr wisst vielleicht, wenn man aus dem Kontext einen Satz heraus löst, dann hat dieser Satz eine umgedrehte Bedeutung oft als der ganze Kontext. Und wenn ihr durch so eine Rückführung nur einen kleinen Fragment aus eurem früheren Leben sieht, aber nicht das ganze Bild, wird ihr vielleicht auch ein umgedrehtes Bild oder Verständnis von dem haben, was tatsächlich passiert ist. Eine viel sicherere Methode in die frühere Leben zu blicken, ist die eigene Meditation. Dazu braucht man natürlich aber sehr viel Energie, um mit dieser Kraft in die frühere Leben zu blicken, hinein zu gehen. Das passiert oft oder die meisten Fälle, wo die Menschen in die frühere Leben blicken können, passiert durch ein Retreat oder wie passender, wie man das auch nennt. Der Mensch müsste sich zurückziehen für eine bestimmte Zeit. Er macht es, damit es zu keinem Energieaustausch zwischen anderen Menschen kommt. Wie ich schon sagte, damit ihr in seiner eigenen Energie ein bisschen brodelt oder köchelt, dass ihr mit sich selber konfrontiert wird. Zum anderen hat es den Sinn in ein Retreat zu gehen, dass ihr während einem Retreat Energie aufbauen könnt. Ansonsten, wenn ihr in die Arbeit geht, euren Haushalt nachgeht, mit Mitmenschen euch unterhält, zum einen baut ihr ständig oder der Organismus und das System des Menschen ist zum einen so aufgebaut, dass ständig Lebensenergie generiert wird. Auf der anderen Seite vergeudet und verschwendet ihr ständig diese Lebensenergie. In so einem Retreat generiert ihr die Energie weiter oder euer Organismus generiert die Lebensenergie, aber ihr schließt, wie es in diesem Bild hier deutlich gezeigt ist, in einem Retreat verschließt ihr alle Löcher durch fehlende Kommunikation, durch fehlende Reize von außen, stopft ihr alle Löcher in eurem Energiegefäß und die Energie könnt ihr dann ansammeln. Und diese Energie ist wie dann der volle Tank beim Auto. Mit einem leeren Tank kann ich mit einem Auto nirgendwo hinfahren. Wenn der Tank voll ist, kann ich hier eine weite Reise unternehmen. Das hat den Sinn, dass man zuerst diese Energie aufbauen muss. Das kann 3, 4, 5, 6, 7 Tage lang sein. Und bei euch wird es dann so sein, durch die regressive Hypnose könnte man noch zweifeln. Sind es meine Fantasien gewesen, vielleicht war es nur Einbildung. Da habt ihr keine guten, wie soll ich sagen, Marker oder Nachweise, dass das tatsächlich euer eigenes früheres Leben ist. Durch die eigene Meditation in einem Retreat wird sich der Körper folgendermaßen melden. Der Körper fängt an zu zuckern, also es ist so, als ob Strom durch euren Körper fährt. Es kann sein, dass es euch zu frösteln anfängt, dass der Körper anfängt zu vibrieren oder zu zittern. Und diese Erlebnisse und Bilder, die ihr dann sehen werdet, werden so einschlägig sein. Dass ihr das niemals mit irgendeinem Fantasiegedanken verwechseln werden könnt. Also das ist schon sehr sehr intensiv, solche Erlebnisse und sehr nachhaltig auch. Also es kann sein, dass auch Tränen kommen, dass die Seele, die wirkt auf solche Bilder sehr emotional. Und wenn die Seele sehr emotional wirkt, wird das euer Körper auch sehr sehr deutlich spüren. Also bei normalen Fantasien bleibt ihr auch ruhig. Da kommen noch keine Tränen. Der Körper zittert nicht. Ihr kriegt dann kein Frösteln. Wenn ihr dann schafft, durch die Meditation in ein früheres Leben zu sehen, spürt man das deutlich, wie die Energie auf einige Minuten deutlich abfällt und ihr seid ausgelaugt und ausgeschöpft nach so einem Erlebnis. dann versteht ihr, warum es den Grund hat, diese Energie im Vorfeld anzusammeln. Durch frühere Leben oder durch den Einblick in die frühere Leben könnt ihr dann bestimmte Antworten, nicht Fragen, sondern die Fragen habt ihr euch vorher gestellt. Ihr könnt bestimmte Antworten bekommen. Ihr könnt sehen, dass ihr mit bestimmten Menschen, mit denen ihr im früheren Leben schon kommuniziert habt oder zu tun gehabt habt, ihr auch in diesem Leben trifft. Und das wird für euch ein deutlicher Beweis sein, dass eure Seele Leben für Leben reinkarniert und dass ihr ja nicht sterben könnt. Es ist nur dieser Körper, der sich verändert und irgendwann nicht mehr da ist. Aber ihr habt durch solche Meditationen und Rückführungen, ihr fühlt euch sicherer dann schon in eurem Leben und ihr könnt euch dann sicherer sein, dass ihr einen neuen Körper bekommt und diesem neuen Körper wieder neue Eigenschaften dann ansammelt oder weitere Erfahrungen sammelt. Das wäre richtiger zu sehen, weil durch das Prinzip und Gesetz des Karma, wenn ihr angenommen anderen viel Schaden in diesem Leben zugefügt habt, braucht ihr eine bestimmte Zeit auch, indem ihr diesen Schaden auch abarbeiten könnt. Also ist es auch die Voraussetzung, dass man wiedergeboren wird, um sein eigenes Karma in dieser Welt mit den selben Leuten vielleicht abzuarbeiten. Mit den Leuten, denen man dieses negative Karma geschafft hat. Das ist natürlich so, dass das Karma nicht auf jeden Menschen gleich wirkt. Abhängig von der Energie, wo sie sich bei dem einen oder anderen Menschen befindet oder den Zustand der Energie, die bei manchen Menschen die eine ist oder der eine Zustand, bei anderen Menschen ist es ein ganz anderer Zustand. Also abhängig davon wird das Karma zu euch schneller oder langsamer zurückkehren. Wenn ihr schon auf höheren Chakren mit der Außenwelt interagiert und bestimmte Tendenzen und Motivationen auf den unteren Chakren abgelegt habt, heißt es eure Seele hat schon eine bestimmte Reife erreicht und durch diese bestimmte Reife schafft ihr auch bestimmte negative Karmen schon abgearbeitet. Heißt es, das Karma kommt zu euch viel schneller zurück. Eine junge Seele, die noch auf jeden Rechen steigt, die jetzt sich noch alle möglichen Beulen vom Leben holt, arbeitet und funktioniert noch über die unteren Chakren, also kommuniziert mit der Außenwelt. Und so eine Seele sammelt sich üblicherweise sehr sehr viel Karma ab, hat einen sehr großen Ballast hinter sich herzuschleppen, einen sehr großen Rucksack mit dem Karma, was sie noch abzuarbeiten hat. Und solche Menschen sind es eben dann, die über das Schicksal schimpfen und sagen, ja ich hab halt jetzt immer Pech und verstehen nicht, was ich vorher sagte, dass dieses Pech von ihnen selber geschaffen worden ist. Bei manchen kommt es dann, also es gibt so sehr sehr verzögertes Karma, was zurückkommt, vielleicht zwei, drei, vier Leben. Es gibt das Karma, was in diesem Leben noch zurückkommen kann, aber vielleicht nach einem Jahr, drei Jahren, vier Jahren, wenn wir schon nicht mehr wissen, dass wir etwas nicht gut geschafft haben für uns oder auch gut geschafft haben für uns und das Karma kommt zu uns zurück und wir sehen jetzt irgendwie als ein Zufall und Glück an, aber im Grunde genommen haben wir uns selber dieses Glück geschaffen oder das Karma kann auch sofort zu einem zurückkommen. Sobald man anfängt schlecht zu denken, dann kommt dieses schlechte zu einem zurück. Irgendwie man stolpert oder haut sich an oder bei mir war folgender Fall vor kurzem auch sehr deutlich, sehr spontan. Von mir in der Einfahrt, als ich nach Hause gefahren bin, ist ein Auto gestanden, wo man normalerweise nicht parken kann und hat die Einfahrt zugemacht mit seinem Auto. Und ich habe den Gedanken schon gehabt, so man schafft ja zuerst, jeder Mensch von euch denkt zuerst und handelt dann. Und ich habe zu dem, ich habe folgenden Gedanken in mir geschafft, dass wenn ich jetzt näher bin oder hinter dieser Person oder hinter diesem Auto stehe, dass ich hupe, damit er wegfährt und ich in meine Einfahrt reinfahren kann. Und als ich diesen Gedanken zu Ende gedacht habe, ich war vielleicht 400, 500 Meter entfernt noch und habe aus der Ferne gesehen, wo ich gedacht habe, diesen Menschen anzuhupen, hupt hinter mir einer. Obwohl ich ganz normal gefahren bin und eigentlich nicht unnötig gestoppt habe und keine unnötigen Handlungen, Bewegungen ausgeführt habe. Also dieses Karma ist blitzartig halt zurückgekehrt. Der Mensch versteht aber das oft nicht, weil wir verlernt haben und die Gesellschaftsstruktur und das Essen und die Information, die wir durch das Fernsehen und durch die Musik bekommen, ist leider so aufgebaut, dass unser Gedächtnis so gesplittet ist. Ungefähr so wie diese Linie. Und wir können den Bezug, wenn wir jetzt sagen wir, da sind die Tage. Durch Musik, die schnelle Rhythme, schnelle Abwechslungen in sich hat als Struktur. Durch die Filme und Szenenwechsel, durch den Einbau von Werbung in den Film ist unser Gedächtnis und unser Denken ist auch so gesplittet in Vierecke oder in Kästchen. Und wenn wir jetzt an diesem Tag etwas gemacht haben, wissen wir an dem Tag schon die Hälfte oder 90% nicht mehr, was wir vorgestern gemacht haben. Eine Woche später ist es uns nicht mehr möglich uns daran zu erinnern, was wir von einer Woche gemacht haben. Es sei denn es waren irgendwelche einzigartigen Erlebnisse, die uns sehr stark auf der Emotions Ebene stimuliert haben. Und wir verlieren durch so ein Denken den Bezug, dass diese Handlung hier direkt auf unseren Tag heute wirkt und denken das ist Schicksal oder das ist jetzt Pech, was wir erleben. Wenn man jetzt Yoga praktiziert und eine andere Denkweise für sich formt, sich von diesen gesplitteten Informationen, sag ich mal, nicht verschließt, sondern entzieht oder verzichtet, so auf diese Fernsehfilme, auf diese Serien, auf den Fernsehen generell verzichtet, auf Musik verzichtet und auf Radio verzichtet, baut das Gehirn langsam neue Strukturen auf. Es ist nicht so aufgeteilt und man kann diese Rückschlüsse besser ziehen. Man kann seine Vergangenheit mit dem aktuellen besser analysieren und man kann besser die Folgen seiner eigenen Handlungen erkennen und das Karma Gesetz an sich selber zu erkennen, so als eine Tatsache und nicht als irgendein Wort, was vielleicht man ab und zu mal hört und das in Indien irgendwo in der Ferne existiert. Also, Karma betrifft uns alle genauso wie die Reinkarnation. Und so, abhängig von der Energie, kommt das Karma unterschiedlich zu einem Menschen zurück. Okay, das waren die ersten zwei Pfeiler und wir müssten uns jetzt weiter bewegen. Der vierte Pfeiler, wenn ihr einen Yogaraum betretet oder die Yogamatte ausrollt, müsst ihr folgendes Wort zumindest schon mal gehört haben, weil erklären tun wir es jetzt gleich. Askese. Man kennt das Wort asket, asketen, askese an sich. Für jeden ist dieses Wort vielleicht jetzt gerade etwas anderes oder jeder versteht etwas anderes unter diesem Begriff. Im Grunde bedeutet dieses Wort Einschränkung. Askese kann die Einschränkung im Essen sein. Jetzt wenn man in der Früh aufsteht und möchte drei Semmeln essen und dann isst man nur eine, weil man weiß, dass weniger oft mehr isst und sich eingeschränkt oder angemessen zu ernieren viel besser für die Gesundheit ist und viel besser auch für die Energie ist, wie aus der vorigen Lektion gehört haben. Eine Askese kann auch sein, indem man sich bestimmten Genüssen und Begierden einschränkt, dass man sagt, ja es ist vielleicht toll in einer arbeitlichen Runde mit einem Glas Wein zu sitzen und sich mit Leuten zu unterhalten, aber solche Unterhaltungen enden oft und nach vielen Erfahrungen auch in nichts Gutem, weil je mehr man trinkt, desto niedriger rutscht das Niveau der Unterhaltungen ab. Man kann sich asketisch verhalten und mal nur ein Glas Wasser trinken und sich über etwas Höheres mit seinen Mitmenschen unterhalten und das Niveau nicht abrutschen zu lassen. Askese kann für jemand auch sein, der es gewohnt ist, in der Früh zwei Tassen Kaffee zu trinken, auch auf das lieber Glas Wasser umzusteigen und so in den ersten Tagen die Askese zu verspüren. Aber hier ist folgendes auch zu verstehen, wenn man sich jetzt gewohnt hat, das Glas Wasser statt dem Kaffee zu trinken, ist es keine Askese mehr und wirkt auf die Energiestruktur nicht mehr so verändert, wie die anfängliche Askese. Und wenn man jetzt in einer Asana sitzt, sei es Spagat oder was anderes, in Padmasana ist es auch am Anfang vielleicht noch angenehm, die ersten fünf Minuten, bei manchen halbe Stunde und danach wird es auch ein Askese, weil es nicht ganz bequem ist in dieser Pose zu sitzen, aber es ist energetisch wirkungsvoll in dieser Pose zu sitzen, weil die Padmasana Ansicht die Energie nach oben umlenkt und die höheren Chakren mit Energie näher. Askese ist Enthaltsamkeit im gleichen auch. Ein Mensch, der genusssüchtig und wollüstig sein Leben verliebt, so ein Mensch erreicht im Leben nur durch Gewalt etwas und seine Position, was wir auch betrachten können in unserer Gesellschaft. Aber ein Mensch, der sich so benimmt und so liebt, kann keinen heiligen Status erreichen. Also ich habe noch über keinen heiligen gehört und gelesen, der sich irgendwelchen Wohllüsten und Begierden und Süchten und Gewohnheiten hingegeben hat. Meistens sind heilige Leute, die sich von der Gesellschaft distanzieren, die irgendwo allein im Wald, in einer Höhle, in einem Kloster oder in anderen Einsiedeleien leben und sich einschränken nur auf das Nötigste. Wenn wir die Chakren wieder betrachten, dieses Bild ist gerade nicht aktuell, machen wir weg. Wenn wir die Chakren betrachten, ist es so, dass Gewohnheiten und Begierden ziemlich viel Energie verlieren lassen. Und einer Skid, der als Einsiedler lebt, der sich einschränkt, schränkt auch seinen Energieverlust ein und arbeitet an den höheren Chakren mit seiner Lebensenergie. Die Energie ist immer die gleiche. Ob man sie jetzt für Gewalt, für sexuelles Vergnügen, für Essen, für Verliebtsein, für bestimmten Konkurrenzkampf oder für Kreativität verwendet, die Lebensenergie ist die gleiche. Nur verliert man sie durch, oder oben ist es kein Verlust mehr, sondern die Wirkung auf die Realität, verliert man sie durch ein anderes Chakra. Es ist aber schwer diese Energie anzuheben und zu konvertieren. Also die Grobsubstanz, die Grobmaterie, die ist immer gleich, so wie bei Erdöl. Und aus Erdöl kann man verschiedene Produkte gewinnen. So ist die Rohsubstanz der Energie auch immer gleich. Aber durch Yoga Praktiken, durch Asana, durch Pranayama, durch Mantra, kann man die Energie verändern. Und die wichtigste Methode, diese Energie zu konvertieren, ist die Askese in den Asanas. Aber auch wenn ihr Pranayama singt, ist es auch für den Kopf, für den Verstand eine Askese. Weil der Verstand möchte sich lieber mit irgendwelchen Filmen begnügen oder Vergnügen, mit Videospielen oder mit anderen schönen Sachen, die wo leichter fallen und bequem sind. Aber sich zusammenzureißen, sich hinzusetzen und eine Stunde Mantra zu praktizieren. Zum einen können das nicht alle Menschen. Zum anderen bedeutet das für viele auch eine Askese. Und Askese, wie ich schon sagte, ist die Umwandlung von Energie. Also dieser Rohstoff wird durch das Mantra zu einer viel feinere Energie. Und diese viel feinere Energie kann ich dann zum Beispiel für Mitgefühl an anderen Menschen verwenden. Für Mitleid verwenden. Bestimmte helle und wohlschaffende Projekte. Ich kann diese Energie da rein zum Beispiel auch investieren. Aber ein Mensch der für Vergnügen und für Begierden und andere Sachen seine Energie auf den unteren Schaklen verwendet. Der ist nicht fähig auf höheren Schaklen zu lieben. Der ist nicht fähig höhere und wirkungsvollere Projekte zu verwirklichen. Weil ihm einfach diese Energie dazu fehlt. Asketen verstehen das natürlich. Ziehen sich deshalb zurück, um mit dem höheren Bewusstsein zu kommunizieren. Vielleicht ist das der richtige Ausdruck und die richtige Beschreibung. Um mit dem Gott wieder eins zu werden, was ich vorher angesprochen habe. Um durch die Kommunikation mit dem Schöpfer oder mit den höheren Kräften wieder Kraft für sich zu erlangen. Weil ein Asket ist schlechter Asket, wenn er diese gute Energie und die wohlschaffende Energie nur für sich behält. Und in seiner Einsiedelei sein Leben verbringt. Ein guter Asket ist der, der diese Energie meinetwegen in einem Kloster oder in einer Meditationshöhle. Oder in einem Retreat im Wald, alleine im Zelt. Wenn er diese Energie sammelt. Mit dem Schöpfer, mit dem Licht kommuniziert oder in Wechselwirkung steht. Und wenn er genug diese Energie gesammelt hat, dann geht er in die Gesellschaft und teilt diese Energie mit den anderen. Durch seine Sprache. Durch seine Predigten. Durch das Gute, was er den anderen Menschen tut. Durch ein gutes Vorbild und durch ein gutes Leitbild, was er den anderen Menschen bietet. Und die Menschen streben danach, so wie er zu sein oder streben danach, seinen Weisheiten zu folgen und auf ihn zu hören. Das wäre eben jetzt gute Aschise für das Allgemeinwohl. Also haben wir hier auch erfahren, dass es die Aschise nur fürs eigene Ego gibt. Das wäre ja auch nicht gut. Die Aschise, die ihr auf die Yogamatte empfindet, hilft euch eben, die Energie hochzudrücken. Ich sage bewusst drücken, weil die Energiekanäle oft zu sind, weil wir es gewohnt sind, durch die unteren Chakren zu leben. Und die oberen Kanäle vertrocknen. Und die Aschise drückt die Energie durch die oberen Chakren hoch. Und ihr befreit euch von den Begierden und Gelüsten auf den unteren Chakren. Ihr spart dadurch sehr viel Lebensenergie und seid im Leben effektiver. Von meinem Yogalehrer habe ich oft den Spruch gehört, praktiziert Hatha Yoga. Euer Leben wird viel effizienter oder viel effektiver verlaufen. Das merke ich durch meine eigene Erfahrung und durch die Erfahrung anderer Menschen. In Russland, da das Yoga dort auch sehr weit verbreitet ist, wissen schon bestimmte Arbeitgeber, dass ein Yoga praktizierender effektiver in der Arbeit ist. Und bei einem Bewerbungsgespräch, wenn so ein hellsichtiger oder weitsichtiger Arbeitgeber den Bewerber fragt, was er in seiner Freizeit macht. Und der eine sagt, ja mein nix besonderes, ich gehe mit meinen Freunden ins Kino. Und der andere sagt, ja ich gehe nach der Arbeit zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche in ein Yogastudio und praktiziere Hatha Yoga. Ein Arbeitgeber wird den Yogi für sich herausgreifen, weil er weiß, dass er seine Energie nicht verschwendet im Kinosaal oder in einer Bar, sondern er die Energie zusätzlich noch aufbaut nach seiner Arbeit. Er weiß, dass ein Yoga praktizierender viel verantwortungsbewusster ist und sein Wirkungsgrad sehr viel höher ist. Es heißt, dass er auf seine 8 Stunden Arbeit sehr viel mehr Arbeit umsetzen kann, als ein Bar- und Diskothekengänger in seinen 8 Stunden schafft. Also ist Askese und Yoga Praxis auch eine sehr gute und wirkungsvolle Methode, eure Pläne umzusetzen, die ihr im Alltag oder die Pläne, denen ihr im Alltag nachgeht. Und so ist das Yoga jetzt nicht als ein Ziel zu betrachten in dem Sinn, sondern als ein Werkzeug zu betrachten. Also und mit Hilfe von diesem Werkzeug schafft ihr bestimmte andere Pläne in die Welt umzusetzen. Glück, was heißt Glück? Ein Segen wird ihr bekommen, wenn ihr diese Projekte für das Allgemeinwohl, für das Wohl der Gesellschaft und andere Mitmenschen umsetzt. Und ein Leid wird über euch kommen, wenn ihr diese Projekte für euer Ego oder zum Schaden von anderen Menschen verwendet. Es kann ja auch sein, dass man Yoga dazu verwendet, um Schaden an der Menschheit hinzuzufügen. Also in der Vergangenheit gibt es auch solche Fälle von bestimmten Wesen, die sogar dämonisch Natur geworden sind, weil sie das Yoga für ihr Ego nur gebraucht haben und ein bestimmtes energetisches Potenzial für sich aufgebaut haben durch das Yoga, um dann andere vielleicht Menschenstrukturen zu knechten, um über andere zu herrschen, zu regieren und sie auszunutzen. Also da muss man auch sehen, in welche Richtung man sich entwickelt. In die positive oder in die negative Richtung. Also gut, das Wort Askese ist hier denke ich mal deutlich, der dritte Pfeiler. Wenn ihr Yoga praktiziert, müsst ihr wissen, Askese muss auch dabei sein. Wenn ihr die Yoga-Asanas so ausübt, dass es alles bequem ist, dass es für euch eine reine Erholung ist, ja geht ihr aus dem Yoga-Saal genauso heraus, wie ihr reingekommen seid. Vielleicht seid ihr ein bisschen entspannter. Aber an eurer Energie, an eurem Bewusstsein hat sich nichts geändert. Also in den Asanas muss eine bestimmte Unbeweglichkeit schon vorhanden sein. Und wir, also unsere Yoga-Gruppe von unseren Yoga-Lehrern streben durch unsere Praxis, die wir an die Leute weitergeben oder in unseren Praktiken und Kurseinheiten, streben wir das auch an, dass die Leute diese bestimmte Askese durchleben, durchstehen. Und das schafft psychisch auch eine bestimmte Stabilität, weil ein Mensch, der von seinen Süchten kontrolliert wird, der ist sehr unstabil emotional auch. Durch Askese wird man gelassener, ruhiger, stabiler. Man begegnet Reizsituationen oder Stresssituationen beruhigter. Und diese Beruhigung lässt euch viel bessere, wie soll man sagen, Problemlösungen einfallen. Wenn ihr gereizt und emotional reagiert, macht ihr zu 99% Fehler in euren Entscheidungen. Wenn ihr gelassen, intellektuell und rationell Problemen und Stress begegnet, werdet ihr eine effektivere Lösung für dieses Problem finden und dieses Problem in etwas Gutes für euch sogar verwandeln. Also in eine bestimmte Lebenslektion, in eine belehrende Situation für euch umwandeln. Ihr könnt dann sogar Nutzen ziehen, anstatt irgendwie euch zu beleidigen oder auf alle beleidigt zu sein, auf alle zu schimpfen oder alle zu kritisieren, weil in den Vierten steht auch ein folgender Leihsatz, ein wirklich weiser Mensch, er schafft sogar aus einer Schale voll Gift eine Medizin herauszulösen oder herauszufiltern. Damit ist ja gemeint, dass auch wenn wir schlechte Dinge, Sachen, Situationen in unserem Leben beobachten, ein schlechter Mensch würde sagen, das ist alles schlecht, er wird es kritisieren, beschimpfen, sich abwenden. Und ein weiser Mensch wird es mit seinem weisen Auge betrachten und wird für sich eine Leere herausziehen, weil die Situationen sind nicht dazu aufgebaut, um uns irgendwie zu unterdrücken oder um uns Schlimmes zu tun. Die Situationen sind so aufgebaut, dass wir daraus etwas lernen könnten oder sollten. Also betrachtet diese Situationen und die Welt, die Realität um euch herum als etwas Belehrendes und zieht wirklich Nutzen daraus. Es passiert ja alles nur für euch und zu eurem Guten. Wir durch unsere, wie heißt es, vernebelte und verunreinigte Sichtweise sehen die Welt als etwas Unvollkommenes und als etwas Schlechtes. Aber das liegt nur an unserer Betrachtungsweise. In den buddhistischen Schriften wird folgendes Beispiel aufgeführt. Wessen schuld ist es, dass ein Blinder die Sonne und den Mond nicht sehen kann? Und dann kommen die Weisen zu dem Entschluss, das ist ein Fehler in der Betrachtung des Blinden, dass ihr die Sonne und den Mond nicht sehen kann. Aber auf keinen Fall ist es ein Fehler in der Sonne selber oder im Mond. Es liegt nur an der Betrachtungsweise. Und genau so betrachten wir diese Welt oftmals als schlecht oder unvollkommen, obwohl sie tatsächlich vollkommen nicht sein kann. Und alles läuft so, dass es zum Schluss auch zu unserem Guten rauskommt, wie schlimm und schlecht es auch jetzt für uns ausschaut. Okay, der vierte Pfeiler, damit wir heute zumindest mit den vier Pfeilern fertig sind, ist die ist Tapas. Nicht die, sondern der Tapas. Ist auch sehr wichtig für jeden Yoga-Praktizierenden zu verstehen. Tapas ist auch eine universelle Energie. Tapas ist die Energie, mit der ihr bestimmte Sachen verwirklichen könnt. Ein Mensch, der viel Tapas hat, der braucht nur an etwas zu denken, sei es ein Projekt, sei es ein Gegenstand oder irgendein Wunsch. Und dieser Wunsch geht in Erfüllung. Also er kann sich dieses Objekt leisten vom Geld hier und er kann dieses Projekt verwirklichen von seiner geistigen Leistung her. Das heißt, der Mensch hat Tapas. Ein Mensch, der kein Tapas hat, er setzt sich an irgendein Projekt und alles geht schief. Er kriegt immer wieder Stöcke in die Rede gesteckt und kein Mensch findet sich, der ihm bei diesem Projekt unterstützen und helfen kann. Der Mensch, wenn er bestimmte Wünsche hat, gehen sie auch sehr, sehr schwer in Erfüllung. Es kostet ihm viel Mühe und Kraft und auch wenn diese Sachen in Erfüllung gehen, sind sie dann von schlechter Qualität. Zum Beispiel, er hat sich ein, ja wenn wir das auf die materielle Ebene runterziehen, er hat für sich ein Auto gewünscht und kauft sich ein Auto und das Auto geht dann ständig kaputt. Das heißt, der Mensch hat kein Tapas, um dieses Auto energetisch aufrecht zu erhalten. Ein Mensch, der viel Tapas hat, er kann sich auch ein gebrachtes Auto kaufen, aber er wird so ein Glückshändchen haben bei dem Kauf dieses Autos und dieses Auto wird minimal kaputt gehen und er muss sich nur gering darum kümmern, damit das Auto läuft und ihn von A nach B bringt. Wenn man Projekte betrachtet, viele Menschen wollen vielleicht ihr eigenes Geschäft aufmachen, ihr eigenes Unternehmen aufbauen oder sonstige Sachen im Leben verwirklichen. Ein Mensch, der Tapas hat, er kriegt auch Unterstützung von oben, sag ich mal so, so ist es fast auch. Er kriegt Unterstützung von anderen Menschen, Hilfe, Ratschläge, Unterstützung von seiner Familie und er kann dieses Projekt sehr, sehr gut verwirklichen. Ein Mensch ohne Tapas, also ein sehr gutes Beispiel dafür, sind eben unberührbare und Obdachlose. Menschen, die ohne Tapas in diese Welt kommen, weil sie all ihren Tapas früher vergeudet haben. Klar kann man Tapas auch ansammeln, das ist ja nicht so, dass das etwas Unendliches ist und der eine sitzt an dieser unendlichen Quelle und der andere hat nichts davon, so ist es nicht. Tapas wird durch Dankbarkeiten aufgebaut. Ein Mensch, der viel Tapas hat, heißt nicht, dass er ein guter Mensch ist, sondern er hat in seinem früheren Leben oder in diesem Leben sehr, sehr viel anderen Menschen geholfen und diese Menschen sind ihm jetzt dankbar dafür, dass er geholfen hat. Und diese Konzentration dieser vielen Menschen mit Dankbarkeit auf diesen einen Menschen schafft für ihn sowas wie ein energetisches Polster oder energetisches Luftkissen, auf dem der Mensch sehr viele Sachen verwirklichen kann. Weil unser Universum ist so aufgebaut, wenn wir jetzt zu diesen kleinen Ozeantropfen zurückkehren. Wenn der eine Ozeantropfen es schafft, vielen Ozeantropfen um ihn herum zu helfen, denen es vielleicht nicht so gut geht, dann sieht der ganze Ozean, sieht ja und spürt das, weil der Tropfen ja ein Teil von ihm ist. Und dann hilft diesem kleinen Tropfen der ganze Ozean als Ganzes und versorgt ihn mit seiner Energie, damit dieser kleinen Tropfen noch mehr kleinen Tropfen helfen kann. Nehmen wir mal an und überlegen uns, wenn Gott als Persönlichkeit auf die Erde runterkommen würde, also angenommen, so bildlich vorgestellt. Die eine Hälfte von Menschen würde nicht glauben, dass es Gott ist, weil sie nicht gläubig sind. Und die andere Hälfte von Menschen würde in Selbstgefallen versinken, in Stolz und Egoismus versinken. Wie toll wir doch alle sind, dass sogar Gott zu uns auf die Erde runtergekommen ist. Also theoretisch ist das nicht möglich, dass das passiert. Aber wenn ein normaler Durchschnittsbürger oder Durchschnittsmensch zu ihnen kommt und ihnen etwas Gutes erzählt, zum Beispiel, dass das Fleischessen nicht gut ist oder dass der Konsum von Alkohol eurer Leber und eurem Gehirn schadet, dann werden die Menschen das besser und mehr verstehen, als es irgendeine Gottheit machen würde. Und so wirken eben die Energien oder die göttlichen Energien durch bestimmte Menschen und helfen durch einen Menschen, also der Mensch ist wie ein Kanal oder Leiter von dieser Energie und helfen dadurch vielen anderen Menschen um diesen einen Menschen herum. Weil Götter oder Gottheiten sollte man nicht als Personen zu betrachten, sie werden nur personifiziert, weil es für den Menschen besser ist zu verstehen oder leicht ist zu verstehen. Deshalb malt man bestimmte Abbildungen und malt die Götter als Menschen. Aber im Grunde sind es oft auch amorphe Energien von einer bestimmten Eigenschaft, von einem bestimmten Potential, die entweder helfend aufbauen sein können, andere können auch zerstörerisch und irgendwie ablenkend sein können oder zu irgendwelchen niedrigen Tendenzen verleiten sein. Zum Tapas zurückgekehrt. Also sammelt der Mensch indem er Dankbarkeiten ansammelt Tapas und diesen Tapas kann er durch Askese konvertieren. Also das ist auch sehr sehr wichtig zu verstehen. Dankbarkeiten sind noch nicht der Tapas an sich. Dankbarkeiten ist eine bestimmte Energie, ist auch wiederum mit dem Rohstoff wie mit dem Erdöl zu vergleichen. Und man kann diese Energie der Dankbarkeit, zum Beispiel der Mensch wünscht sich sehr viele Leckereien. Wenn er diese Dankbarkeiten angesammelt hat, bekommt er diese vielen Leckereien, aber seine Energie ist sehr schnell ausgeflossen. Diese Leckereien kommen auch nicht von ungefähr. Es gibt im Buddhismus so eine Person, die Mara heißt. In der christlichen Tradition heißt es Teufel diese Person. Das ist eine Person oder Gottheit, die einen Menschen zu etwas verleitet. Zu irgendwelchen Sachen, die den Menschen vielleicht nicht gut tun. Dieser Verführer, genau diese verführende Person oder Gottheit ist eben Mara oder der Teufel. Und er spürt auch Menschen, wenn sie Energie haben und kommt mit bestimmten Vorschlägen zu jemandem. Komm wir gehen mal in die Bar und trinken mal eine schöne Flasche Bier. Oder wir gehen mal in eine Bäckerei und kaufen uns eine riesengroße Torte und essen sie dann zusammen auf. Die Torte kann es vielleicht gut schmecken, aber der Mensch hat seine Lebensenergie dafür verloren. Und hat seine Energie der Dankbarkeit in einer Art und Weise auch dafür verloren. Wenn wir durch Askese diese Energie in Tapas konvertieren, heißt es die Energie fließt auf höheren Chakren. Und dann können wir bestimmte Projekte, was ich schon vorher angesprochen habe, umsetzen. Dann können wir Mitleid, Liebe empfinden. Wir können spüren, wie es dem anderen Menschen geht. Wir können viel effektiver anderen Menschen auch helfen durch unseren Tapas. Und durch den Tapas, den wir so altruistisch einsetzen und verwenden, können wir dann noch mehr Dankbarkeiten auf uns ziehen und unser Potential wächst weiter und weiter. Wenn wir egoistisch bleiben und leben, der degradierte Mensch und die Seele eigentlich und dieser vermeintliche Wassertropfen entwickeln sich nicht weiter. Der Sinn aber ist der, dass wir als Gesellschaft und als Menschen uns wie in einem Organismus entwickeln. Ein Egoist ist wie eine Körperzelle, die vom Körper sich ernährt und mit dem Körper oder im Körper lebt und sagt, ich bin jetzt was ganz besonderes. Ich brauche euch alle nicht mehr. Auch wenn ihr alle umkommt, ist mir das egal. Hauptsache mir alleine gibt es gut. Und solche Körperzellen mutieren dann zu Krebszellen. Also unsere schrecklichste Krankheit in der Gesellschaft. Man würde sagen, es ist der Krebs. Der Krebs ist aber die Folge vom Egoismus. Und Egoismus ist in unserer Gesellschaft die wirklich schlimmste und die schrecklichste Krankheit, die dann zu solchen physischen Auswirkungen führt. Ein Egoistischer Mensch, der sich von allen abgrenzt, dem wird es auch nie gut gehen. Der wird niemals wahres Glück empfinden, egal wie viel Jachten, Konten, Geld und alles mögliche erhaben wird. Im Gegensatz ein Mensch, der nichts außer seiner Schale unter seinem Mantel hat, so ein Bettelmönch, sagen wir mal so, der seine Liebe, seine Barmherzigkeit mit anderen Menschen teilen kann. Und diese Aufrichtigkeit von den anderen Menschen auch zurück bekommt. Kann viel, viel glücklicher sein, als irgendein Millionär, der sich in seiner Villa eingeschlossen hat. Und für die Menschlichkeit, für den Menschen ist es sehr wichtig, das auch zu praktizieren. Das ist nämlich auch Yoga. Ein richtiges Umgehen mit anderen Menschen und eben diese Verbindung, die wir schaffen mit anderen Menschen, mit unseren Verwandten, mit unseren Nächsten, mit den Leuten, denen wir in diesem Leben begegnen. Diese vier Pfeile sind wichtig zu verinnerlichen und gehören zum wahren und zum richtigen Yoga dazu. Ich gehe die Sache noch einmal kurz durch, über die wir gesprochen haben. Wenn wir Yoga praktizieren, heißt es, wir haben das Karma, Yoga zu praktizieren. Wir müssen das Karma auch für uns schaffen. Also versucht auch Yoga weiter zu geben. Also nicht nur für euch zu praktizieren, sondern Freunde, wenn ihr noch kein Yoga Lehrer seid, Freunde einzuladen, die mit euch praktizieren. Videos, Bücher mit euren Freunden zu teilen, dass sie auch Yoga kennen lernen. So schafft ihr für euch das Karma, das in Zukunft ihr auch Yoga praktizieren werden könnt. Reinkarnation ist in dem Fall wichtig zu verstehen, dass ihr, wenn ihr von diesem Leben scheidet, ihr könnt nur drei Sachen mitnehmen. Das ist eure Weisheit, die ihr während des Lebens gesammelt habt. Es ist euer Karma und es ist eure Yoga Praxis. Aber mit Yoga Praxis ist nicht die Yoga Praxis zu verstehen, die ihr auf der Matte macht oder wie toll ihr die Asanas ausführen könnt. Mit Yoga Praxis, die ihr mitnehmt, ist zu verstehen eure Selbstvervollkommnung. Euer seelisches oder euer geistiges Potenzial, was ihr im Yoga aufgebaut habt, also in dem wahren Yoga, in dem geistigen Yoga, sage ich mal so. Diese Erfahrung könnt ihr mitnehmen. Aschise ist in dem Fall wichtig für einen Yoga Praxis, weil ihr nur durch Aschise eure Energien konvertieren könnt. Durch Aschise könnt ihr eure Lebensenergie sparen. Ihr könnt diese Energie effektiver für euch, für eure Mitmenschen verwenden. Und Tapas ist eben Energie, mit der ihr ins Leben bestimmte Sachen, Situationen rufen könnt, bestimmte Gegenstände rufen könnt. Für euch zu verstehen, wenn bei mir im Leben nichts klappt und ich kann nicht Yoga praktizieren, ich komme im Yoga nicht weiter, mein Unternehmen und Geschäft läuft überhaupt nicht. Müsst ihr verstehen, ihr habt kein Tapas. Ihr müsst Dankbarkeiten ansammeln. Ihr müsst etwas für andere Menschen tun. Dann wird euch auch gegeben und wird auch euch geholfen. Wenn alles klappt und alles gut läuft, heißt es, ihr habt einiges an Tapas Potential. Ihr müsst es aber weiterhin ansammeln, weil Tapas kann auch mal zu Ende gehen, wie bei den Göttern es auch ist. Also im Buddhismus wird es so beschrieben. Es ist auch tatsächlich so, nicht nur im Buddhismus, dass bestimmte Wesen sich ein großes Potential an Tapas schaffen. Und dieses Potential schafft sie in einer bestimmten Welt wieder zu finden. Also sie werden in höheren Welten reinkarniert, wo wir mit sehr viel Tapas leben. Und dort in den Halbgötterwelten, also in dem Valhalla, wie man das in der skandinavischen Tradition bezeichnet, gibt es ständig Feiern, gibt es schöne Frauen, es geht allen gut und es ist so ein unendliches Fest. Aber dieses unendliche Fest ist früher oder später mal zu Ende, weil man ganz, weil man seinen ganzen Tapas dort verbrannt hat, oder verliebt hat und man muss in die unteren Welten reinkarnieren. Und von dort wieder von vorne beginnen. Deshalb beweinen die Halbgötter ihresgleichen, wenn sie sehen, bei einem ist der Tapas gleich zu Ende und schon nach einiger kurzer Zeit muss er reinkarnieren. Tapas ist für euch auch als eine kleine Hilfe, eure Unterstützung und euer Luftkissen, das verhindert, dass zu stark oder zu arg schlimme Situationen in euer Leben kommen. Die Energie der Dankbarkeit zum Schluss ist aber nicht die Energie, wenn jetzt ein Kind ein Kilo Eis möchte und ich kaufe dem Kind dieses Eis und dann ist mir dieses Kind dankbar, dass ich ihm das Eis geschenke, eher weniger, dass ihr die Energie der Dankbarkeit bekommt. Ein anderes Beispiel ist das Kind schubst eine Katze oder schlägt eine Katze und ich greife zu erzieherischen Maßnahmen und züchtige das Kind, dass es die Katze in Ruhe sein lassen soll. Und im ersten Moment wird mir auch diese Katze wirklich dankbar sein, dass ich sie gerettet habe vor den Schlägen. Und dieses Kind, wenn es mal erwachsen ist, wird es mir auch dankbar sein, dass ich das Kind erzogen habe zu einem guten Menschen. Also das ist die richtige Dankbarkeit, die Hilfe dem Menschen geistig, ethisch und siedlich voranzukommen. Den Menschen helfen sich zu entwickeln und die eigene Seele zu entwickeln, weil darauf kommt es wirklich an in unserem Leben. Und daran möchte ich euch alle motivieren, an sich selber zum Positiven zu arbeiten.